auch für thomas dewald spitzte sich die lage zu sein doppelspiel als kommunist in deutscher ss uniform war aufgeflogen ich war ja schon in dachau fast sechs monate war ja auch in allach in den werkstätten habe gearbeitet und habe den drill mitgemacht und alles da und da bin ich schon gewöhnt an die ganze verhältnisse da wo man muss begreifen die leute die nicht da waren die wissen das nicht man muss begreifen dass keine sicherheit da besteht mit der ss leiter weiß man nicht ob man überhaupt lebend abends oder morgens noch herauskommt weil die haben irgendeinen machen wir keinen spaß mit diesem oder jenem heftling einen drill oder was und ist weg abgeschrieben jetzt kann man aus jugoslawien neue auskämpfte über den attentat auf filipowitsch da war es nicht mehr verdacht zum hochverrat jetzt war es hochverrat wenn jetzt festgestellt hat dass ich tatsächlich aktiv für die kommunistische partei tätig war und dass ich als solcher zuerst eingeschlichen bin im auftrage der kommunistischen partei angenommen das war eine ganz kurze verhandlung von etwa zehn minuten obwohl ich auch meine verteidiger hatte rechtsanwalt ein offizier generelle waren im obersten ss gericht die haben kurz das urlaub für hochverrat wieder fahren und so weiter ausgesprochen also zum tode verurteilt das gefühl man wird stumpf man wacht nur morgens wenn der mann mit dem schlüssel der im flur da herum spaziert und er macht scherze in der früh werden die rausgeführt die erschossen werden und das geschieht schon um sechs uhr werden die und dann geht er mit dem schlüssel zu verschiedenen tieren auch bei denen die nicht herausgehoben werden und steckt den schlüssel ein bisschen rein und geht er weiter das ist ja das schlimmste wenn er den schlüssel reinsteckt dann glaubt man jetzt ist das fertig ich habe da in der einzelzelle die tage gezählt wenn die striche kleine striche gemacht wird sonst das ist auch strafbar wenn man da was schreibt oder was ich kam auf die idee wenn ich mal weiß dass ich erschossen werde dann mache ich da irgendwann abschied auf dem auf der wand und schreibe was drauf aber so habe ich noch kleine striche gemacht und es waren 40 tage am 40. tag wurde ich herausgerufen zwei uhr passiert das in die schreibstube zum offizier der hat mir vorgelesen das ist ein kurzes wie ein urteil reichsführer heim hennrich himmler hat sie begnadigt zum lebenslänglichen suchthaus kurz vor der begnadigung nach der begnadigung also ein monat war wieder eine musterung eine art musterung wir waren alle auf dem appellplatz die erstes leiter und eine kommission also wie man das heute nennt es waren exzessoffiziere haben da ausgesucht ohne regsicht auf die strafe haben nicht gefragt ob jemand lebenslänglich ist oder drei oder fünf jahre suchthaus hat oder der rest die haben uns ausgesucht und es waren 20 mann von 150 20 mann da war ich auch dabei zur bewährungseinheit dirlewanger diese auf himmlers befehl gegründete ss sondereinheit für die partisanenbekämpfung setzte sich vor allem aus sträflingen zusammen der obersturmführer oscar dirlewanger hatte in seiner truppe absolute gewalt überleben und tod zweifler oder verräter wurden erschossen nicht selten von dirlewanger persönlich traurigen ruhm erwerbt sich die dirlewanger brigade bei der niederschlagung des warschauer aufstandes ich habe vieles gelesen über die dschingiskan oder anderen auch in den filmen vieles gesehen aber so etwas was der wange war die einheit ist aber auch nicht beschrieben ich mein das hat das entweder ist hat das keine überlebt oder mag das keiner zu beschreiben das war eine 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 einheit also von von einem banden eine bande von leuten die alle verurteilt waren nicht politisch die hatten auch nicht viel wegen fahnenflucht es waren diebstähle es waren irgendwelche delikte also blut bis zum ehrenbogen und die haben es übertrieben die wurden sehr oft verurteilt weil sie zu zu viel weil sie den dienst überstritten haben mit dienst überschreiten meint dewald noch mehr töten als befohlen war damals habe ich mich eingegliedert weil das für mich doch eine rettung war zwar eine rettung von der todesstrafe begnadigung und raus aus dachau raus aus dem lager an die front und ich hatte ja schon die absicht abzuhauen wann dann wenn ich nur gelegenheit bekomme und die richtige front habe ich nie gesehen und alle kämpfe mit bahn oder sowas in das war ein einzelkämpfer ich habe keine große partizanen hätten gesehen über die berge sehen wir wenn die da laufen von einem liegt auf dem anderen kann man gar nicht schießen oder nachlaufen es waren einzelkämpfer ist weiß nicht überhaupt große hat dann an hätten waren wir wurden dann versetzt zur an die ostfront die ostfront war damals schon in ungarn es war ja oktober 1944 und das war ein fluss der hieß ippol bei der ortschaft ippolzak wir waren da und los und geschossen haben die geschütze auch von deutscher seite von deutscher seite und von der russische aber wir waren dazwischen und haben da die sogenannte letzte abwehr haben wir da gemacht ja und dann haben die auch in einem moment in die anordnung bekommene befehl die ganze einheit der lebanger planmäßigen rekt zu machen hier ganz nahe ist die brücke und front die russen schießen schon da habe ich entschieden einen moment mit dem gepäck das ich da von meinen offizieren hat hatte fahrrad hatte ich in der hand und das gewehr über den rücken bin ich ihm entgegenrichtung gegangen also nicht dort wo meine einheit ist sondern hat mal gedreht und bin zur brücke gegangen auf der seite wo wir waren des bloßes da war ein damm da war ein langer damm mit straße dass man überhaupt auf die brücke kommt auf dem damm bin ich gelaufen die russen kamen über die brücke entgegen mir und ich bin da abgerutscht dann bin runter rechts vom damm habe ich mich hingelegt mit meinem fahrrad hat hingelegt und abgerufen was haben wir da ein sehr brett ein sehr also das ist in sehr demokratisch der derzeit russisch mit der bernse sehr demokratisch habe ich gerufen da kam eine spähtruppe war also drei soldaten russische kamen da der eine hat mir das fahrrad genommen hat es weggeschmissen auch die klamotten geschaut was da ist und der dritte hat mir das gewehr abgenommen ich übergeben mit dem gewehr hat es so komisch er hat mir abgenommen hat es auch weggeschmissen und hat mich sofort weitergegeben und sind dann weitergegangen ich war es hat mich ein ein zwei soldaten habe ich zurückgeführt gleich hinter der brücke war es eine schreibstube von einem offizieren der hat gefragt welche einheit ist da drieben und welcher einheit sind sie was für einen waffen haben sie da und alles ich wusste nicht viel ich wusste nur meine einheit wie die waffen heißen was die da haben und was da noch gibt und welche einheiten war ja nicht schon im leben richtiger soldat dass ich das alles wusste ich weiß nicht viel ich bin in der strafeinheit der lewanger abgehauen da drüben ist jetzt niemand weit entfernt haben acht angst von einkreisen sagt ja gut habe ich ihm gesagt dass ich juboslawien bin dass ich in dachau waren so das spricht der deutscher ja da dann gehe mit dort meldet dich dort bei dem hat er mir gezeigt einen daten gehen mit ihm er wird schon sagen was du machst